In dieser Animation zeigen wir Ihnen die Vorteile unserer innovativen Antriebssysteme TECDOS P-Gamma und Omega Drive im Anwendungsbeispiel einer Rechenreinigungsanlage. Beginnen wir mit unserem leistungsstarken TECDOS Omega Drive Antriebssystem. Mit seiner charakteristischen Form sowie einem Umschlingungswinkel von 180 Grad empfiehlt sich unser Antriebskonzept besonders für kontinuierliche lineare Bewegungen. Wenn Zahnstangenantriebe, Spindelantriebe oder Rollenketten an ihre Grenzen stoßen, garantiert unser Omega Drive Antriebssystem einen witterungsresistenten und reibungslosen täglichen Betrieb. Unbeeindruckt von Last und Eigenbewegung, eine einfache Montage und zudem hohe Einsatzflexibilität macht den Omega Drive Antrieb zur ersten Wahl für das Bewegen schwerer Lasten. Unsere weitere innovative Lösung? Das TECDOS P-Gamma Antriebssystem. Das 2 in 1 Komplettsystem P-Gamma eignet sich besonders für horizontale und vertikale Anwendungen mit einer festen 180 Grad bzw. flexiblen 90 bis 180 Grad Umlenkung. Der fixierte Kopfantrieb mit horizontalem Doppelstrang sorgt für einen effizienten Ablauf während des täglichen Betriebs und ist zudem durch seine Kompaktheit und geringe Einbaugröße ein zeit- und kostensparender Faktor während der Montage. Zuverlässig bei jeder Witterungslage, langlebig und zu jeder Zeit betriebssicher ist das TECDOS P-Gamma Antriebssystem jeder Herausforderung gewachsen. Basis für einen reibungslosen Betrieb und Kernkomponente jeder TECDOS-Lösung ist unsere Hochleistungsrundstahlkette. Die hochverschleißfesten Kettenglieder garantieren eine äußerst dynamische Festigkeit und höchste Lebensdauer bei einer maximalen Betriebssicherheit. So ist das Antriebssystem besonders robust und unempfindlich gegen Schmutz, Sand, Wasser und Eis und gerade unter widrigen Witterungsbedingungen eine zuverlässige und langlebige Lösung. Für die Verbindung der Rundstahlketten mit den Trägerstrukturen sorgen die hochrobusten TECDOS Kettenendbefestigungen, welche eine 100%ige verlustfreie Übertragung der Kettenbetriebskräfte garantieren. Bei Fragen und für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.brut.com